Ich bin jetzt auf dem Weg zur EMS-Lounge und die werben damit, dass man einmal die Woche 20 Minuten Training macht und dann ist man fit wie ein Turnschuh. Und das, das schaue ich mir jetzt einmal an, weil das kann ich nicht ganz glauben. So, jetzt müssen wir bloß einmal schauen, wo sind denn die? Da beim Krankenhaus, Parkhaus gehe ich ja über, glaube ich. Servus, Chris. Hallo, Andreas. Schön, dass du da bist. Bist du gespannt auf dein Probetraining? Ja. Super, dann komm doch gleich mal mit. Wir fangen jetzt mal mit der Anamnese an, denn wir müssen ja schauen, wie gerade so dein Ist-Zustand ist und vor allem, was deine Ziele sind. Denn wir müssen ja wissen, wie wir dich trainieren sollen. Genau, würde ich sagen, starten wir gleich mal damit. Gut, dann kriegst du jetzt noch unsere speziell entwickelte Trainingskleidung. Einmal bitte umziehen, dann machen wir weiter. Jep. Gut, fass einmal bitte mit dem Daumen oben auf die silbernen Flächen drauf, mit den restlichen Fingern locker unten ran, dann die Arme durchstrecken bitte. Jetzt sehen wir hier gleich deine drei Grundwerte. Gewicht, Skelett, Muskelmasse und Körperfett im Prozent. Auf dem Ausdruck sehen wir dann gleich noch deutlich mehr, zum Beispiel, wie dein Viszeralfett ausgeprägt ist oder wo im Körper wie viel Prozent der erforderlichen Muskelmasse vorhanden ist. Ich drücke auf Start, ja, die Regel hier auf 65, du merkst noch nichts. Sag Stopp, wenn es reicht. Reicht, ist zu viel? Reicht, ist zu viel. Wo? Das geht eigentlich. Gut. Runter, schön halten und wieder hoch. Genau. Vorne runter, Schulterblätter zusammen und nach dem Impuls wieder hoch. Brust raus, vorne. Einmal noch nach links. Und zurück. Gut. Gut, Andi, wie hat es dir gefallen? Wie fühlst du dich nach dem Training? Also, ich bin nach wie vor schweißgebadet. Es war unerwartet intensiv, das Training. Und, ja, aber irgendwas ist ja anscheinend passiert. Und ich kann nur sagen, ich komme nächste Woche wieder daher in die EMS Lounge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020